So, wir sind hier in Kösek, oder Köschek, Clubhouse. Wir haben bereits zwei Runden heute gespielt, zweimal erfolgreich gewesen. Schantl Walter, der Mann! Der ist da, ohne dem ist es nicht möglich. Ich werde das da mitorganisiert, hier in Kösek. Schönes Clubhouse, wenn wir das ein bisschen zurückgehen. Das ist ein Clubhouse. Das kann sich sehen lassen. Die Anlage, die wir auch hier schwenken, das sind vier Chords. Ich habe heute gespielt auf dem Center Chord und auf dem Zweiplatz. Daneben ist gleich eine Tankstelle. Also manche Legionäre, die hier in Kösek Meisterschaft spielen, werden das kennen. Gruß an Stefan Hirn, der ist hier bekannt. Ich habe auch schon gefragt, einige. Jaja, der Stefan ist bekannt. Der ist schon auf der Ahnendapel hier verewigt. Und auch hinten abartgeholter Senior. Kösek. Das ist der Russe. Ich habe heute zweimal gewonnen. Und ja, morgen geht es weiter. Ein Gruppenspiel noch. Und dann wahrscheinlich eine Dreiergruppe um den Titel hier in Kösek. Bitte schön auf Wiederschauen. Ich habe heute die Titel hier inwo 세. Vielen Dank.